Sannet, Sie haben heute mit Wolfsburg die Double erreicht, dann die Meisterschaft, das Pokal. Wie fühlt das an? Ja, es ist ein super schönes Gefühl, natürlich. Ja, normal. Ja, und am Donnerstag, Sie spielen noch Champions League Finale? Ja, mal gucken, was ihr da macht. Ich glaube, wir sind da völlig gespannt, ohne irgendjemand zu offen fallen. Und einfach ein geiles Spiel gegen Leon machen. Ja, guckt man danach aus, um in Stamford Bridge zu spielen? Bitte? Gucken Sie danach aus, um in Stamford Bridge zu spielen? Das weiß ich nicht. Nein? Haben Sie da schon einmal gewesen in London? In London schon, aber so... Nicht im Stadion? Im Stadion. Ja, und wie ist das, um in Ungarien in Deutschland zu spielen? Ja, es ist auch ein sehr gutes Gefühl. Was denken Sie, dass Ihre Chancen sind gegen Leon? Ja, ich denke nicht so weit. Wir werden das einfach gucken, wie das einfach da wird. Wir können da völlig entspannt hinfahren. Ja. Und deshalb gar nicht mehr machen. Weil Sie haben schon ein Döbel gewonnen. Genau. Okay, viel Spaß. Ja, danke. Danke. Danke.